Hallo Deutschland, einen schönen guten Abend. Feuerwehrleute sind ja sowas wie Helden des Alltags. Sie retten Menschen unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Dass einige von ihnen selbst zu Brandstiftern werden, das ist eigentlich unvorstellbar. Und trotzdem passiert es immer wieder. Ein 21-Jähriger soll jetzt als Feuerteufel für eine Brandserie im nordrhein-westfälischen Rheine verantwortlich sein. Mehr als 20-mal hat der Feuerwehrmann vermutlich gezündelt. Und noch ein Brand. Dieses Mal außergewöhnliche Bilder aus China, wo Passanten zu Lebensrettern wurden. Gestern Abend verliert in Münster ein Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto und kracht gegen eine Laterne. Sein Beifahrer wird dabei schwer verletzt und außerdem auch noch ein Fußgänger und dessen Hund. Die Polizei stellt fest, es war Alkohol im Spiel. Drei Frauen zünden in der Silvesternacht ein schwebendes Licht an eine sog. Himmelslaterne. Damit lösen sie ungewollt einen Brand in einem Affenhaus im Krefelder Zoo aus, bei dem 30 Tiere qualvoll verenden. Nun hat der Krefelder Zoo heute wieder seine Pforten fürs Publikum geöffnet. Die Anteilnahme der Besucher ist überwältigend. Wie tragisch. Wenn die Temperaturen fallen, dann beginnt der Stress für die Pannenhelfer. Nicht jedes Fahrzeug, das auf Deutschlands Straßen unterwegs fährt, ist in einem perfekten technischen Zustand. Viele Autos geben in der kalten Jahreszeit einfach ihren Geist auf. Wir waren mit einem Pannenprofi im Ruhrgebiet unterwegs. So viel steht fest. Langweilig wird ihm nicht. Na dann, allzeit gute Fahrt. Eine Wohnung, die voller Blut ist, ganz klar. Hier gab es ein extrem brutales Verbrechen. Aber dass es so brutal war, damit konnte niemand rechnen. René Brümmer ist 2004 Ermittler in dem Fall, der ihn bis heute nicht loslässt. Am Anfang finden Spaziergänger 2 verkohlte Leichen im Wald. So, jetzt kommen wir zu was Leichterem. Bei dem derzeitigen Wetter bekommt man irgendwie Sehnsucht nach Frühling. Und den finden Sie im Süden von Europa. So sieht es im Winter in Südspanien aus. Genauer gesagt in Cornil de la Frontera. Meine Kollegin Lissi Ischak war dort, um ein bisschen Sonne aufzutanken. Zum Baden war es zu kalt, aber die wunderschöne Küste, die kann man auch beim Reiten wunderbar genießen. Und außerdem hat Lissi köstliche Fischtapas gekocht und sich so ein bisschen wie ein amerikanischer Filmstar gefühlt. Da möchte ich jetzt sofort hin. Große Überraschung im Bremerhavener Zoo am Meer. Die Überwachungskamera zeigt Eisbärin Valeska und zwei Neugeborene. Die beiden ersten Wochen sind schwierig. Häufig überleben die Babys nicht. Aber die Zwillinge sind stark. Wie süß. Ja, das war's von Hallo Deutschland. Das Team wünscht Ihnen ein erholsames Wochenende. Hier geht's jetzt direkt weiter mit Leute heute. Karin Webb hat traurige Nachrichten aus dem norwegischen Königshaus. Und dann geht's. Ja.